Machen wir nämlich auch mal schön den Keller. Hier, den hier. Hier, den hier. Also gut, hier sollte auch ein Funkkuli sein. Warte mal, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ich versuche hier auch mal alles zu kriegen. Weißt du denn, die Funkkeli, wurdest du etwa gekidnappt? Du bist doch... Mein Glück hat mich nicht verlassen. Hör zu. Es gibt vier Schlösser. Entriegele sie für mich. Warme. Good. Von hier. Darabsch... Oh ja, I need to bang. Ow. Das wollte ich. War es mir wert, auch eins auf die Frisse zu kriegen? Drei kleine Schlösser halten den Penner fest. Das hab ich mir schon fast gedacht. So, gibt's hier unten noch irgendwas? Nein. Dann. Oh, fuck. Ah, falscher Knopf. Ah, Nintendo, Playstation, Xbox. Könnt ihr euch nicht einmal einig sein? Ich hätte gerne Herzchen. Ei, ei, ei. Zwei kleine Schlösser halten den noch fest. Ah, ha, 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 ha. 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 da mal willst du mich hier verarschen 2 2 2 2 3 2 So, die Frage ist jetzt nur... Okay, war schon richtig. Ja, ich spiele aber auch fast im Eimer. Heiliger Scheiße. Das war... Jo, keiner ahnen können, dass ich da nach vorne muss. Äh, nach oben, Entschuldigung. Wo hab ich denn jetzt schon wieder was verpasst? Wollte schon sagen, es ist jetzt so getrimmt, dass ich ständig von Haken zu Haken wandere oder was? Ja, wenigstens hab ich wieder ein bisschen Leben. Du hast mich gerettet, ich bin dir sehr dankbar. Das war schaurig, aber auch spaßig. Es lief alles viel zu glatt. Kämen wir zur ersten Oberfläche zurück. Ja, der kann fliegen oder was? Hier bricht gleich alles zusammen. Da lang. Ich folge dir, mein Freund. Ah, okay, super. Ah, okay. Was zum Geier. Ah. Ah. Oh. Oh. Auf, komm. So, muss der andere. Perfekt. Na, fast. Oh, come schon. Let's go. Hey, Yuna. Hallo. Super, dann habe ich den Meister, den Meister, die mir jetzt auch fertig. Ich habe dir ein neues Kleid gekauft. Eins mit Pferdchen. Könnte dir bestimmt gefallen. So, wir haben die erste, zweite und dritte Etage fast. Nee, dritte Etage fast. So, wir haben die Kolosseurin befreit. Den Meister, den Meister, den Meister, den Fechter und das Cowgirl. So, wir haben hier im Keller gar nicht mehr so viel zu machen, oder? Eins, zwei. Also, in der untersten Ebene haben wir 50-50. Die Meister, den Meister, den Meisterdetektiv müssen wir noch machen. Einer fehlt noch. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch und die anderen zwei machen wir jetzt. Gut. Wir haben hier den Meisterdetektiv. Und danach die Kunnoishi. Oder die Ninja-Dame. Das Ninja-Gameplay hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Also vom Gameplay her. Ähm, vom Setting her, die, das Kauge, tatsächlich. Und die Fechterin war halt eine gute Kämpferin. Hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Aber die Kolosseurin, also die Bäckerin, hat mir am besten gefallen. Wir sollten uns umhören. Vielleicht finden wir Hinweise. Ja, jetzt bin ich aber vorher nochmal kurz auf Toilette.